Ich wette, dass ich weiß, was ihr gerade in der Hand haltet. Wahrscheinlich ein Smartphone, denn der Großteil der Zuschauer von Filzphysics schaut meine Videos mit einem Smartphone. Das weiß ich aus Google Analytics und das ist auch prinzipiell ganz gut so, denn mit einem Smartphone kann man ja wirklich eine ganze Menge Informationen super schnell sich in die Hand zaubern. Und das geht deshalb so schnell und so komfortabel, weil diese Algorithmen schlau sind. Sie lesen uns im wahrsten Sinne des Wortes jeden Wunsch von den Lippen ab. Und das geht manchmal vielleicht sogar ein kleines bisschen zu weit. Heute drei Beispiele, wie wir durch Technik und durch Algorithmen manipuliert werden. This phone is my wife's. Hier schau mal, dieses Video habe ich gefunden. Da hat jemand einen Test gemacht mit einem iPhone. Er hat die Facebook-App geöffnet, einfach die App laufen lassen und den ganzen Tag über Katzen geredet. Und später hat er eine Suche gemacht und im Facebook-Feed wurden ihm Werbeanzeigen, die was mit Katzen zu tun hatten, angezeigt, obwohl er vorher nie irgendwas mit Katzen am Hut hatte. Und das war dann so ein Beispiel, hat er gesagt, dass Facebook, die Facebook-App, das Mikrofon aktiviert und uns ständig überwacht, ständig jedes gesprochene Wort abhört, um damit bessere Anzeigen zu schalten, sodass wir noch mehr auf Anzeigen klicken und Facebook noch mehr Geld verdient. Und dieses Video ist richtig viral gegangen. Also das hat schon weit über 1,5 Millionen Aufrufe und es ist inzwischen eine richtige Verschwörungstheorie daraus entstanden. Hört uns Facebook wirklich ab? Und es gibt hier verschiedene Argumente. Also es gibt zum Beispiel einen österreichischen Entwickler, der heißt Felix Krause. Der hat eine App geschrieben fürs iPhone, einfach mal um zu zeigen, was möglich ist. Und in dieser App hat er gezeigt, kann er ständig, jede Sekunde ein Foto machen, Gesichtserkennung laufen lassen, alles Mögliche und das hochladen auf einen Server von ihm. Um zu zeigen, wie gefährlich solche Apps sein können und wie viel von der Privatsphäre man als App-Entwickler eigentlich abgreifen kann. Man muss hier aber dazu sagen, diese App funktioniert natürlich nur, wenn sie gerade geöffnet ist. Also wenn die App aktiv läuft auf dem Smartphone, wenn die App im Hintergrund ist, dann kann man die Kamera nicht mehr aktivieren. Und das ist auch das Hauptargument der Gegner dieser Verschwörungstheorie. Die sagen, naja, man kann nur, wenn die App im Vordergrund läuft, irgendwas abgreifen. Gut, es gibt hier Ausnahmen, beispielsweise wer mit WhatsApp mal telefoniert hat und dann auf den Home-Button gedrückt hat, der weiß, dass man auch weiterhin das Mikrofon nutzen kann. Es gibt hier strenge Richtlinien, beispielsweise beim App-Store, was eine App darf und was nicht. Und diese Richtlinien, die verbieten zum Beispiel, dass man im Hintergrund das Mikrofon aktiviert oder die Kamera und so den Nutzer ausspäht. Man kann natürlich sagen, ja okay, nur weil es in den Richtlinien steht, heißt das nicht, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Es kann ja sein, dass Facebook und Apple ein Deal geschlossen haben. Aber Gegenargument wäre, dass Apple natürlich ein Interesse daran hat, dass Facebook einen nicht die ganze Zeit ausspäht. Wenn das rauskäme, dann würden die Leute schlagartig das Vertrauen in iPhones und in Facebook verlieren. Und das ist nicht im Interesse von Apple. Deshalb wird Apple wahrscheinlich gerade bei so großen Apps wie Facebook, Instagram oder WhatsApp sehr genau kontrollieren, was diese Apps machen, was sie dürfen und was nicht. Denn der App-Store, wenn ich eine App schreibe und die dann in den App-Stores abmitte, dann wird der Code tatsächlich analysiert. Da sitzen im Zweifel sogar echte Menschen dran. Vieles ist sicherlich automatisiert, aber im Zweifel wird das von echten Menschen kontrolliert, was diese App alles macht. Und insofern wird Apple da sicherlich zumindest die Hände drauf haben. Und das hängt jetzt also nicht von Apples gutem Willen ab, sondern ich glaube, das ist wirklich eine politische Sache. Apple wäre saudumm, wenn die das zulassen würden. Dann würde ich kein iPhone mehr kaufen und ganz viele andere Leute wahrscheinlich auch nicht. Und eine Frage, die man sich jetzt wahrscheinlich stellt, hm, naja, also dieses Video hier zeigt jetzt, wie er gesprochen hat. Und später hat man im Newsfeed auf Facebook irgendwelche getargeteten, getargeteten, heißt das glaube ich, Werbeanzeigen gesehen. Aber, also Gegenargument 1 für dieses Video ist, der zeigt uns das immer an völlig verschiedenen Tageszeiten. Ja, hier ist er mal draußen auf seiner Terrasse, hier ist es mal nachts, da ist er woanders und hier ist er wieder in seinem Bett. Keiner weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Er kann genauso gut auch zwischenzeitlich irgendwelche konkreten Katzenvideos gesucht haben, woraufhin ihm dann diese Sachen vorgeschlagen werden. Einfach nur, um ein virales Video zu generieren. Also ich möchte diesem Menschen, Neville heißt ja, nichts Böses unterstellen, aber dieses Video ist für mich noch kein Beweis. Und eine andere Frage, die man sich stellen wird wahrscheinlich, wie kommt es denn trotzdem, dass immer wieder Anzeigen aufploppen, die was mit dem zu tun haben, worüber ich gestern noch gesprochen habe. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Schreibt mir mal einen Kommentar, ob ihr das kennt, ob ihr diese Situation auch schon mal hattet. Ihr schaut in eurem Newsfeed oder wo auch immer ihr im Internet unterwegs seid, wo Anzeigen geschaltet werden und plötzlich seht ihr eine Anzeige, wo ihr genau wisst, hey, woher wissen die das? Ich habe nie danach gesucht, ich habe vielleicht mal drüber gesprochen, aber diese Anzeige, die passt wie die Forst aufs Auge und ich weiß nicht, woher diese Information an den Anzeigetreibenden oder an die Plattform, an die Werbeplattform gekommen ist. Und für dieses Phänomen gibt es tatsächlich einen Namen, denn das ist ein psychisches Phänomen. Das nennt man Bader-Meinhof-Phänomen. Das hat nichts mit dem Bader-Meinhof-Komplex zu tun, auch nichts mit dieser Terrorgruppe, sondern was das beschreibt ist, angenommen ihr kauft irgendeine super coole Jeans, ja, und ihr seid auf einmal total der Fan von dieser speziellen Marke. Und dann lauft ihr rum, ja, in der Einkaufspassage und auf einmal fällt euch auf, ganz viele andere Leute haben diese Jeans auch. Und das hat was mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Ich nehme selektiv nur noch diese Marke wahr oder ganz besonders diese Marke, weil mein Gehirn darauf aktiviert ist, weil ich Belohnungssignale aktiviert habe, weil ich diese Hose mir selber gekauft habe oder mich dafür interessiere. Und deshalb sehe ich plötzlich Hosen, die ich vorher übersehen hätte. Das ist also das eine Phänomen. Und das andere ist, dass wir natürlich immer irgendwelche Spuren im Netz hinterlassen. Und wenn ich jetzt beispielsweise nicht explizit nach Katzen-Content gesucht habe, kann es sein, dass ich mich anderweitig im Internet verhalten habe, indem ich irgendwelche Pages auf Facebook geliked habe oder irgendwelche anderen Seiten mir angeschaut habe. Und natürlich wird im Hintergrund ein Benutzerprofil von uns allen erstellt. Damit müssen wir immer leben, sobald wir irgendwo uns einloggen. Und diese Benutzerprofile, die erstellen Korrelationen, also Verbindungen. Nach dem Motto, Leute, die das und das toll fanden, die fanden meistens auch was Drittes toll. Das heißt, ich muss nicht unbedingt das Dritte explizit gesucht haben. Dadurch, dass ich schon andere Sachen über mich preisgegeben habe, können viele Algorithmen schon rückschließen, vielleicht findet ihr diesen Katzen-Content oder sowas dann auch interessant. So sind also diese Mechanismen. Und ich persönlich würde sagen, der Mythos, dass Facebook uns tatsächlich abhört, ist ein Mythos. Nicht nur, weil Facebook das selbst ganz oft dementiert hat, sondern weil das technisch wahnsinnig schwierig ist, weil Apple das sicherlich aus eigenem Interesse, aus politischem Interesse nicht machen würde. Und weil dieses Phänomen, dieses psychische Phänomen wahrscheinlich überwiegt und wir diesen Eindruck nur haben, dass Sachen öfters in unserer Umgebung online aufploppen, nachdem wir darüber gesprochen haben. Wir können uns ja mal ganz kurz angucken, wie diese Spracherkennung und Sprachanalyse funktioniert. Wenn ihr nämlich ganz normal in so einem Sprachaufnahmeprogramm zum Beispiel was aufnehmt. Hallo, la 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 la. Dann sieht man hier diese Wellenform. Das ist letztendlich nur die Amplitude, wie laut bin ich. Aber man kann Sprache oder Sound auf viele verschiedene Arten und Weisen darstellen. Zum Beispiel so. Das hier ist ein Spektrogramm. Da seht ihr jetzt in der X-Richtung die Zeit und in der Y-Richtung seht ihr die Frequenzverteilung. Also welche Töne sind hier zu hören. Und hier als ich gepfiffen habe, da kann man das ganz gut sehen. Also nach oben hohe Frequenz, nach unten tiefe Frequenz. Und hier sieht man die verschiedenen Töne meines Pfeifens. Und auch beim Sprechen gibt es hier verschiedene Frequenzverteilungen. Und was ist bei der Spracherkennung beispielsweise passiert, ist, dass das Mikrofonsignal wird umgewandelt oder wird dargestellt als so ein Spektrogramm. Und jeder Laut, jede Silbe hat eine ganz charakteristische Verteilung von Frequenzen. Das ist dann beispielsweise nur so ein ganz kleiner Ausschnitt hier. Hallo. Ja, sowas. Ich mach mal diesen kleinen Schnipsel. Hallo. Das war jetzt Lo. Ja, und das sieht dann im Spektrogramm so aus. Und man kann dann zum Beispiel mit einem neuronalen Netz diese kleinen Stückchen des Spektrogramms analysieren, schätzen, was das für ein Laut ist. Aus den verschiedenen Lauten kann man schätzen, was für ein Wort das ist. Und aus den verschiedenen Worten schätzt dann ein sogenanntes Language Model, wie der Satz lautet. Ein Language Model ist ein Deutschsprachmodell, was trainiert wurde auf vielen, vielen Texten. Und es hat gelernt, beispielsweise Abfolgen von Wörtern zu erkennen. Welche Wörter treten meistens in Kombination auf und welche Wörter treten ganz selten in Kombination auf. So wird Spracherkennung richtig, richtig gut getrimmt. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Diktierfunktion von eurem Handy genutzt und euch gewundert. Wie kann das so gut funktionieren heutzutage? So funktioniert das. Und wenn ich jetzt also das Mikrofon die ganze Zeit laufen lasse und selbst wenn die Qualität nicht so super gut ist, dann kann durch diese Technik im Prinzip jedes gesprochene Wort analysiert werden und sogar ganze Sätze und sogar der Sinn dieser ganzen Sätze. Und das könnte man dann theoretisch verwenden. Was anderes ist es natürlich, wenn ich explizit beispielsweise in der Suche nach bestimmten Begriffen suche. Und was weiß ich, angenommen ich bin jetzt ein totaler Katzenfreund und finde Hunde total blöd. Das ist nur ein Beispiel. Ich mag alle Tiere. Und ich suche immer nur nach Katzensachen und wenn mir Hundefutter vorgeschlagen wird, dann kriege ich das nie an. Dann wird der Algorithmus irgendwann checken, aha Katzencontent, das kann man dem Philipp anzeigen. Die anderen Sachen, die funktionieren nicht so gut. Und nach diesem Prinzip funktionieren ganz viele Plattformen. Übrigens auch die Plattform, die ihr jetzt im Moment nutzt, YouTube. Das, was ihr toll findet, das, was ihr sucht, das, was ihr anklickt, das, was ihr lange anschaut, von dem bekommt ihr immer noch mehr. Denn die Plattformen haben natürlich das Interesse, dass ihr möglichst lange auf der Plattform seid, dass ihr möglichst viel Zeit darauf verbringt, dass ihr möglichst viel Werbung anschaut und die Plattform dadurch möglichst viel Geld umsetzen kann. Das ist allgemein genommen auch erstmal nichts Schlechtes. Denn wenn mich zum Beispiel Fußball überhaupt nicht interessiert, dann muss YouTube mir gar nicht erst irgendwelche Fußballvideos vorschlagen. Soweit, so gut. Ein Problem ist das aber, wenn es um meinungsbildende Themen geht. Also beispielsweise Politik. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass man sich nur dann eine wirklich fundierte politische Meinung bilden kann, wenn man das komplette politische Spektrum im Blick hat zumindest. Das heißt nicht, dass man alles gut findet, aber dass man die verschiedenen Positionen kennt und die Argumente. Das politische Spektrum geht ganz, ganz weit, von links nach rechts. Es gibt viele, viele verschiedene Standpunkte. Und wenn ich jetzt aber vor meinem Algorithmus immer nur die Sachen aus meiner Blase, ihr kennt bestimmt diesen Begriff Digital Bubble, wenn ich immer nur in meiner Digital Bubble Sachen vorgeschlagen bekomme, dann sehe ich nie, was am anderen Ende des Spektrums ist. Dann verstehe ich auch diese Argumente nie. Und das wird ein Problem, beispielsweise bei Wahlen. Wenn Leuten nur die Sachen vorgekaut und vorgespült werden, die sie sowieso schon gut finden oder die vielleicht zwei, drei ihrer Freunde gut finden, sodass sie niemals eine Chance haben, mal aus ihrer Box auszubrechen. Und um das zu testen, habe ich einen kleinen Versuch vorbereitet. Wir haben zwei Google Accounts erstellt und mit diesen Google Accounts an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Uhrzeiten, verschiedene Sachen gesucht. Der eine Account, der hat nach tendenziell eher rechten Sachen gesucht, also beispielsweise flüchtlingsfeindlichen Blogs und dergleichen. Und der andere Account, der hat nach dem Gegenteil gesucht, der hat eher nach politisch linken Sachen gesucht. Diese beiden Accounts haben wir also erstellt und uns immer mit diesen Accounts eingeloggt, dann nach verschiedenen Sachen gesucht. Und jetzt werde ich zwei Browserfenster öffnen, jeweils den Cache komplett löschen, die komplette Browser-History. Und ich werde ein anonymes Fenster öffnen, das heißt, dass der Browser keine Verlaufsdaten anzeigen oder nutzen kann. Und ich werde mich in zwei Fenstern mit diesen zwei Accounts einloggen und dann jeweils nach dem gleichen suchen, um mal zu überprüfen, wie sehr sich die Suchergebnisse unterscheiden. Ich habe jetzt hier zwei Browserfenster geöffnet, einmal Chrome im anonymen Modus, einmal Safari im anonymen Modus. Links habe ich mich eingeloggt im Google mit dem politisch eher linksgesinnten Menschen, kann man sich vielleicht merken, links ist links, und rechts mit dem politisch eher rechtsgesinnten Menschen. Und jetzt kann ich da immer hier irgendeine Suchanfrage eingeben. Was kann man da machen? Zum Beispiel Flüchtlinge, Krankenversicherung, hier ist schon vorgeschlagen. Flüchtlinge, Krankenversicherung. Okay, also, die ersten beiden Treffer, die sind identisch. Und hier gibt es jetzt einen Unterschied. Beim linken wird der BR gefunden, Arbeitslose Flüchtlinge, Kosten und Nutzen für die Krankenkassen. Und rechts kommt kvfuchs.de, von denen habe ich noch nie was gehört, das schaue ich mir mal an. Und den BR-Artikel, den schaue ich mir auch mal an. Also, schauen wir uns erstmal das Suchergebnis an für den politisch linksinteressierten, Kosten und Nutzen für die Krankenkassen. Bla, bla, bla. Mal schauen, was die Bottomline von diesem Artikel ist. Keine Unterscheidung nach Flüchtlingen und Deutschen. Die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung stehen sogar besser da, als im vergangenen Jahr prognostiziert. Und hier wird jemand zitiert, wir haben neue Versicherte aus EU-Arbeitsmigrationen, Flüchtlinge mit Jobs und Personen, die von privaten Krankenversicherungen wechseln. Diese neuen Versicherten seien gesünder, jünger, vor allem junge Männer, die deutlich weniger Leistungen in Anspruch nehmen würden. Also, dieser Artikel hat eigentlich das Fazit, überhaupt kein Problem. Flüchtlinge sind kein Problem für die Krankenkassen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier rechts steht. Hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene rechtliche Unterscheidungen, wer alles einwandert, was die für einen rechtlichen Status haben. Und jetzt kommt hier, die Frage nach den Kosten kann gestellt werden und es ist ganz einfach. Ja, die Menschen, die als Flüchtlinge und Asylbewerber zu uns kommen, kosten uns Geld. Unterbringung, medizinische Versorgung und so weiter, wenn sie nicht anerkannt werden, dann wird es richtig teuer, Duldung gegebenenfalls Abschiebung. Werden sie anerkannt, muss man trennen, weil einige arbeitsfähig sind und andere nicht. Für eine ausgeglichene Bilanz wäre es insgesamt für alle Arbeitsverhältnisse sehr wichtig, dass die Einkommen einen adäquaten Sozialversicherungsbeitrag abwerfen. Also dieses Fazit ist jetzt nicht wirklich tendenziös, würde ich mal sagen, aber trotzdem wird hier ganz deutlich erstmal gesagt, Flüchtlinge kosten mehr Geld. Aber interessant fand ich schon, dass der dritte Treffer sich hier eindeutig unterschieden hat im Gesamt-Tenuar. Beim Linken tatsächlich eher etwas positiv, beim Rechten eher etwas kritisch. Mal gucken, was als nächstes kommt. Die FAZ wird beim politisch Linken angezeigt als nächstes. Flüchtlinge entlasten laut GKV-Chefin die Krankenversicherung. Das passt ja in unser Bild. Und hier beim Rechten, Flüchtlinge, so läuft die medizinische Versorgung. Hier wird der Spiegel gebracht. In Bremen etwa erhalten Flüchtlinge fast alle Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Wer jetzt also Kontra-Flüchtlinge ist, der würde hier wahrscheinlich sich schon wieder aufregen. Der würde hier wahrscheinlich schon wieder sagen, ja, super, was die für Leistungen alle kassieren. Hätte er dagegen den Artikel links bekommen, dass Flüchtlinge die Krankenversicherung entlasten, hätte er vielleicht sich seine Meinung ein kleines bisschen anders gebildet. Und das ist ja wirklich interessant. Also, was in den Suchen alles auftaucht, ist keineswegs immer das Allgemeinbeste, was man neutral für eine bestimmte Suchanfrage erwarten würde. Sondern es hat tatsächlich, wie mein wirklich billiges Experiment gerade gezeigt hat, enorm damit zu tun, was wir in der Vergangenheit gesucht haben. Und es gibt für euch ganz viele Möglichkeiten, dieses Problem auszuräumen. Also, beispielsweise, immer in Browsern surfen, wo die Browser-History, der Verlauf gelöscht wird. Bei Chrome beispielsweise und bei Safari geht das ganz einfach. Man kann sich so ein anonymes Fenster öffnen und dort Sachen anzeigen lassen, die überhaupt nichts mit irgendeiner History zu tun haben können, weil die gar nicht gespeichert wurde. Ihr könnt sogar noch einen Schritt weiter gehen und Anonymisierungsdienste nutzen, so wie Tor beispielsweise. Denn auch eure IP, also die Internetadresse, die ihr habt, als Mensch, der sich im Internet bewegt, wird manchmal mitgenutzt, um Daten über euch zu sammeln. Ich verlinke euch in der Infobox mal ein paar Tipps. Vielleicht habt ihr auch Tricks und Tipps. Vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die all diese Hinweise schon umsetzen und vielleicht noch weitere Tipps haben. Dann schreibt doch unbedingt mal einen Kommentar, wie ihr dazu beitragt, dass die Suchergebnisse und die Meinungsbildung neutral bleiben. Das letzte Beispiel ist ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben, was ich am eigenen Leib erfahren musste schon und das meine ich ganz sprichwörtlich, denn es geht um Phantom-Vibrationen. Kennt ihr das? Manchmal denkt man, das Handy vibriert und dann schaut man drauf, aber dann war es doch nichts. Was ist da los? Ist der Muskel schon irgendwie, spinnt der Muskel oder hat es vielleicht doch vibriert? Und tatsächlich haben Forscher das schon ansatzweise untersucht. Das ist ja ein relativ neuartiges Phänomen, weil es Smartphones ja noch nicht so lange gibt, jetzt mal im medizinhistorischen Kontext gesprochen. Und Forscher sind der Meinung, dass das tatsächlich ein Phänomen ist, also dass es bei vielen Menschen auftritt. Und die Erklärung der Wissenschaftler ist, dass das Gehirn akzeptiert hat schon, dass das Handy ein Teil des eigenen Körpers ist, der sich ab und zu mal meldet, der ab und zu mal vibriert. Und das ist ja wohl der Wahnsinn, oder? Wenn wir heute an einen Punkt angekommen sind, wo wir das Handy als Teil des eigenen Körpers empfinden, wo zur Hölle soll das noch hinführen? Es gibt ja Forscher oder es gibt Visionäre, zum Beispiel Ray Kurzweil, der als große Vision sagt, irgendwann einmal, in der nahen Zukunft sogar, werden wir immer mehr Technik in unseren Körper implantieren. Und da kann man das nicht mehr so einfach rausnehmen, sondern dann ist was ins Ohr implantiert. Also psychologisch ist das echt ein spannendes Phänomen. Es hat auch was mit Konditionierung zu tun. Denn jedes Mal, wenn man eine Nachricht bekommt, dann was aufploppt, dann wird kurzzeitig das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Denn jemand möchte was von uns, jemand findet uns gerade interessant. Wir sind gefragt, wir stehen im Mittelpunkt. Das ist natürlich was, was soziologisch für uns relevant ist. Denn wir sind ja Herdentiere als Menschen, wir wollen uns ja in eine Gruppe integrieren. Und immer wenn wir gefragt sind, ist das ein positives Signal eigentlich. Und diese ständigen Nachrichten, ich habe jetzt schon wieder zwei neue Nachrichten bekommen, diese ständigen Informationen, die aufploppen, die aktivieren unser Belohnungszentrum. Und deshalb gucken wir dann auch drauf, deshalb wollen wir es dann auch wissen. Und dann, obwohl wir enttäuscht sind vielleicht, weil es wieder nur irgendwie was Unwichtiges war, schauen wir jedes Mal neu drauf. Und diese Konditionierung, die wird auf die Spitze getrieben, hiermit zum Beispiel, mit diesen roten Böppeln. Seht ihr mal hier, mein Smartphone-Startbildschirm. Diese roten Böppel hier, diese Benachrichtigungen, rot ist eine Signalfarbe, die haben das nicht zum Spaß rot gemacht. Wir sehen das, oh, muss ich gleich mal draufklicken, da ist bestimmt irgendwas Wichtiges. Und zusammen mit den Vibrationen, die letztendlich das Gleiche sind wie die roten Böppel, nur eben zum Spüren, werden wir darauf konditioniert, immer wieder dieses Telefon rauszuholen. Und Handyhersteller, die sagen sich natürlich, ist doch prima, dann verbringen die Leute mehr Zeit mit den Handys, dann nutzen sie es mehr, dann wollen sie immer das neueste Handy haben. Das ist Psychologie, die da eingebaut ist. Und mich hat das so sehr genervt, dass ich für mich beschlossen habe, ich schalte Vibrationen aus, ich schalte alle Töne aus, ich verpasse seither ständig Anrufe, aber es ist mir egal. Weil meistens sind diese Anrufe eh nicht so mega wichtig, außer wenn Jakob anruft natürlich. Und man kann auch zurückrufen dann, oder dann lässt man eine Sprachnachricht auf der Mailbox, oder man schickt da eine E-Mail irgendwann. Aber ich persönlich finde, es ist viel angenehmer einfach, sich da wieder ein Stück weit von zu entfernen. Und das Handy wirklich nicht als Teil des eigenen Körpers zu akzeptieren, sondern als technisches Gerät, was oft nützlich ist, aber was man abends einfach auch dann zum Laden in einen anderen Raum stellen kann. Und wirklich abschalten kann. Hattet ihr auch schon mal Phantom-Vibrationen? Oder habt ihr den Vibrationsalarm komplett ausgeschaltet? Das würde mich mal interessieren. Lasst einen Kommentar da. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schenkt mir gerne ein Abo, falls nicht schon geschehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Mythos. Vielleicht auch mal wieder mit einem Experiment. Wird auf jeden Fall spannend. Bis dann.